Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Rum Silver. Rum Silver ist ein einfacher Cocktail mit spritzig-saurem Geschmack. Für ein Glas 300 werden folgende Zutaten benötigt. 5cl weißer Rum, 25cl Red Bull Silver Edition. Folgende Utensilien werden benötigt. Tumbler Zubereitung Rum in den Tumbler geben, mit Red Bull Silver Edition auffüllen, bei Bedarf Eiswürfel zugeben, kalt servieren. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!